Guten Morgen Leute! Halber, schweig mal hier ein bisschen, ja? Ist okay, Mann! Fresh! Oh, Alter, hat mich schon richtig geritten, Alter! Ist besser wie ein Fick, Alter! Gipfelhäuschen, Alter! Gipfelhäuschen! Gipfel ist meine Kuppel, Alter! Weil hier Pfotzen, hier wurde jetzt nur 3,90! Ah, ein Rinder und Quatschi so viel, Alter! Hey, diesmal! Fresh! Der Kühlung! Äh... Ja! Ja! Jetzt kann ich ja eigentlich ein Schild fahren! Also, wenn das Wasser ein bisschen sauber wäre, dann würde ich hier so eine Bombe reinmachen! Oh, Alter! Fresh! Sogar lecker ist als Wasser! Oh, lecker! Stimmt, ja! Ja! Kannst du mal schmecken, Alter! Gön dir mal einen Schluck! Oh! Leck mich am Sack, Alter! Oh! Fuck! Oh! Leck mich am Arsch, ey! Geh mal wenig, also mit Donnix, Alter! Du musst ein paar Kerle kriegen, Alter! Ach, ist okay, mal! Wir haben jetzt 10 Uhr 15, andere Berliner schlafen noch um 10! Was macht die Hardcore-Fans? Sie fahren um 10 Uhr 15 die Hardcore-Bahn! Doppelfried! Wir haben uns auch muss arbeiten, ey! Wir haben uns auch muss arbeiten, ey! So, ihr Motherfucker! Richtig schön die Hölle um die Ohren! Ach, hier, die Bäber brauchen nicht wahr! Sind sowieso hässlich! Ach, guck mal da, unser Gärtner! Schön fett bei die Todesbrücke! Für krassen Tippen! Damalian, spritzig hoch! Guckt euch mal die Toys an, die jetzt hier reinkommen! Kalter Speed! Das hier Ui-Tschweiß-Rectate! Das hier Ui-Tschweiß-Rectate! Oh, ihr lacht, Alter! Das ist so meine Arsch, Alter! Das ist so sexy, so mit 30! Mhm! Fresh!